Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist nicht wie gewohnt meine Schwester vor der Kamera, sondern heute bin ich, und zwar die Schwester von It's Nix ASMR. Und ich dachte mir, ich will auch mal ein Video selber drehen, weil es mir echt viel Spaß macht, mit meiner Schwester zu drehen. Und heute zeige ich euch verschiedene Slimes von mir und meiner Schwester selber gemacht. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Falls ja, dann geht einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare Verbesserungsvorschläge, falls ich noch ein Video machen soll. Und abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst und folgt meiner Schwester auf Instagram, damit ihr immer wisst, wann ein neues Video rauskommt. Also, falls ihr wollt, dass ich noch ein Video drehe, dann stimmt mal hier oben ab, ob ich noch ein Video drehen soll. Okay, dann beginnen wir auch gleich, und zwar mit dem ersten Slime. Und zwar nehme ich den hier vorne. Das ist mit Bügelperlen drin. Und da fliegt schon die ersten Bügelperlen raus. Super. Oh Gott. Alter, hier fliegen ganz selten Bügelperlen raus. Das ist natürlich nicht so praktisch. Du bist. Oh Gott, alles. Töne. Danke. Wir sind jetzt auch bei mir dran, wenn ich noch ein paar Varianten zurückkomme. so also das Das regt leicht auf mit den Bildern, die die rauskriegen, aber ich hoffe, das stört nicht. So, das war's mit dem ersten Schleim. Wir kommen jetzt zu dem nächsten. Und zwar nenne ich diesen Slimes einfach ASMR Slime. Und zwar, weil ich meine Schwester haben gerade für ein anderes Video diesen Slime selber gemacht. Also, falls du das Video noch nicht gesehen hast, dann schaust dir auf jeden Fall an nach diesem Video. Und zwar haben wir diesen Slime hier selber gemacht. Und ich habe ihn ASMR Slime genannt, weil wir haben hier solche Perlen drin, mit dem Buchstaben ASMR drauf. Jetzt zum Beispiel ist er... Ich weiß jetzt... Okay, es fokussiert nicht. Toll. Hallo. Oh Gott. Da. Super gewesen. Und ähm... Ja, wir haben halt so... Das seht ihr in dem Video auf jeden Fall. Und dieser Slime ist ein bisschen hart. Ich habe vorher versucht, noch so... ihn so reparieren. Halt ähm... Wasser reinzutun. Damit er ein bisschen... mehr Slime konsistenziger wird. Ich weiß nicht, was ich da erzähle. Aber... Auf jeden Fall fallen halt auf die Perlen raus. Aber ich hoffe, jetzt passiert es nicht so oft. Das... Das meinte ich auch mit den Perlen. Ich hoffe, das stört es nicht so sehr. Oh Gott, hier sind überall Perlen, die auffallen. Ich cerveine. Oh Gott. Ähm. Wie ist jeder das分st penser? Wie ist jeder vonautet? Teigee. Oh, das war laut. Oh, das war laut. Oh, das ist ein Biefchen, wie laut. Oh Gott, das ist... Ich glaube, das war es dann auch mit dem Slime. Auf jeden Fall, das war der ASMR Slime. Und mir fallen ganz sehr die Kopfhörer raus. Also, falls ich da oben irgendwas mache, ich mache mir die Kopfhörer wieder zurecht. Ja, genau. So, und das war jetzt auch der zweite Slime. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Favoriten. Und zwar ist es der Schneeslime. Wir haben da nämlich künstlichen Schnee reingetan. Und ich finde, der macht die besten Geräusche von allen. Und zwar ist es der Schnee reingetan. Und zwar ist das. Oh, Kacki. Hier hinten ist ein bisschen Schleim. Oh mein Gott, das hat sich voll gut gemacht. Oh mein Gott, das hat sich voll gut gemacht. Oh Gott, ich merke jetzt schon, wie mein Bein eingeschlafen ist. Ich lasse das Ambi schon drin. Was ist der Hände nicht so, wie den Kacki ist? Chiefer-Kacki. Chiefer-Kacki. Ich habe hier noch so einen Schaber und ich finde, der macht auch ganz tolle Geräusche. Ich gehe dafür ein bisschen näher, also man wird jetzt nicht so viel sehen, aber es macht ja die Geräusche dann besser. Ich komme noch ein bisschen näher, also ihr seht es jetzt nicht mit dem Mikrofon, aber es ist halt lauter lang. Ich finde, das ist voll entspannt, dieser Sound. Ich mache jetzt das ein bisschen auf und ich habe die Geräusche dabei. Ich habe das Geräusche dabei und ich habe das Geräusche dabei. Ich habe das Geräusche dabei. Also, ich mache nachher eine Geräusche. Ich kann jetzt schon mein Bein nicht mehr spüren, das wird später so schlimm sein. So, das war es jetzt auch mit unserem dritten Schleim. Und jetzt kommen wir zu meinem Favoriten und zwar hat er so richtig viele süße, hier könnt ihr es sehen, süße kleinen Teile, ich weiß nicht was, da sind solche kleinen Steinchen drin und ich finde, das sieht mega süß aus und ich finde der auch die beste Konsistenz. Und das sind halt voll schöne Teile drinnen wie... Wie dieser Lebkuchen oder dieses... Ähm, das sieht aus wie von Mickey Mouse, ähm, Mini, Ruhini oder wie Mini heißt sie da, dieser Kopf da. Ist voll süß und die sind halt, ähm, die meisten Süßigkeiten und eben der Schleim fühlt sich auch am besten an. Ja, und vor allem fliegen halt die Teile nicht raus, das ist auch das ganze Astorle dran. Ja, ich bin auch schon hier. Ich bin auch schon mehr da, aber für die Teile, ich bin super. Und da habe ich noch wie ich sage, ich mache die Teile nicht raus. Ja, hier, weil ich zum Beispiel da, der Schleim auch verschiedene Teile nicht rausgezogen. Das war's. Ich habe die Bühne benutzt, aber ich habe die Bühne benutzt. Ich finde es auch gerade schön, wenn die so knistern. Oh mein Gott, da läuft mein Haarsee aufs Klo wahrscheinlich. Ich weiß, das hat jetzt jeden interessiert, aber ich finde es so süß. Ja, man kann den Schleim halt schlecht kneten, weil diese ganze Töne hier drin sind und die so groß sind. Aber ich finde es trotzdem, hört sich gut an. Okay. 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 Oh Gott, mein Bein. Ich spüre meinen Fuß nicht mehr. Ja, das ist nicht so toll. Ich hoffe, das geht weg. Ups, oh Gott, ich wollte gar nicht lachen. Oh mein Gott, was ist mit meinem Bein? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, es beginnt die Phase, wo es anfängt, hier zu tun. Das würde nicht zu toll passen zum ASMR-Video. Ich versuche das jetzt mal fertig zu machen. So, das war es auch mit dem letzten Slime. Ihr könnt jetzt mal hier oben abstimmen. Welcher Slime euer Favorit ist. Ich bin mal gespannt, wie ihr es so seht. Das war es dann auch mit dem Video für heute. Ich hoffe es sehr, es hat euch gefallen. Und falls ihr dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Und vergesst nicht, mir in die Kommentare Verbesserungsvorschläge für mein zweites Video zu machen, zu geben. Ich weiß es nicht. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und falls, wie gesagt, falls ihr wollt, dass ich noch ein zweites Video mache, dann klickt da oben drauf aufs i und stimmt ab. Und dann werde ich auch ein zweites Video für euch machen, wenn ihr Lust darauf habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.